Wie war es gestern? Also gestern, aus meiner Sicht, war es ein anstrengendes Spiel. Ganz intensives Spiel und mit vielen Zweikämpfen. Trotzdem, aus meiner Sicht, waren wir eine bessere Mannschaft. Viele Torschancen gehabt. Leider haben wir kein Tor geschossen. Aber das probieren wir uns wieder am nächsten Donnerstag besser zu machen. Mit Christoph Leitgepp, wie fast immer. Das ist schon etwas Besonderes. Internationale Spiele geben uns wieder mehr Erfahrung. Es ist etwas Besonderes, irgendwo im Ausland spielen. Und nicht nur in der ostreichischen Liga zu spielen. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig. Ich freue mich schon riesig auf dieses Spiel. Und das ist immer etwas Besonderes. Immer so interessant. Und ich bin immer glücklich, wenn unser Stadion ausverkauft ist. Also ich freue mich schon riesig. Und hoffentlich machen wir alles auf dem Spielfeld und gewinnen wir dieses Spiel. Wir haben ein robustes Team und auch gute Individualitäten. Also es sind gefährliche Gegner. Aber ich glaube, wir sind besser. Ich versuche mich gut zu erholen. Ich versuche immer gut zu essen und zu trinken. Und viel zu schlafen. Und so wieder neue Energie zu tanken. Also es ist schon anstrengend, wenn wir spielen jeden dritten oder vierten Tag. Und Regeneration ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen zeigen, dass wir eine bessere Mannschaft sind. Und dass wir schon sehr grossen Vorsprung und Abstand in der Liga haben. Und vor allem deswegen, weil wir zu Hause spielen für unser Publikum. Und wir wollen wieder zeigen, unser guter Fußball und viele Tore schießen. Liebe Fans, danke schön für die Unterstützung. Hoffentlich kommt ihr alle Sonntags Spiel zuschauen. Und dann können wir zusammen feiern und jubeln. ... ... ... ...